Ja, den Schritt zu wagen, es lohnt sich doch. Es lohnt sich doch, für seine eigenen Rechte einzustehen. Es lohnt sich dafür, dass ich meinen Arbeitskollegen, also den Arbeitnehmer, also nicht nur der in meinem Team ist, sondern der ganzen Niederlassung, der ganzen Firma, dazu zu unterstützen, dass es ihm wieder besser geht, dass er wieder vernünftig arbeiten kann, dass er weiß, woran er ist, dass er auch sein freies Wochenende hat und dadurch motiviert, bessere Arbeit lässt es in der Firma. Erstmal, die Angst hatten wir alle, aber die ist unbegründet. Es kann keinem was passieren. Tut es, es ist nur für die Mitarbeiter. Ein Betriebsrat kann nicht nur gegen die Firma, weil es entspricht nicht den Interessen der Mitarbeiter, weil wenn es uns, oder wenn es der Firma schlecht geht, geht es auch uns schlecht. Also arbeiten wir mit der Firma, für die Mitarbeiter. Also auf jeden Fall wichtig für die Mitbestimmung, dass halt der Arbeitgeber das nicht alles allein entscheiden kann. Und man hat ja auch die rechtliche Grundlage dafür. Man ist ja da auch vom Gesetz her abgesichert. Und wenn man jetzt noch in einer Gewerkschaft wie der IG Metall ist, hat man dann natürlich auch noch den Rechtsbeistand, sollte man verklagt werden. Da ist ja gleich ein Rechtsschutz mit dabei. Und ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall, dass man da halt auch mitbestimmen kann und nicht bloß von oben herunter geknechtet wird. Aufstehen, das Schwert in die Hand nehmen und sich einen großen Partner suchen. So wie bei uns IG Metall.